Hallo, hallo, willkommen zurück zu Let's Wimmel. Der Geheimbund 2, die Masken des Verrats. Wir waren stehen geblieben, dass wir hier jetzt am Feuertor etwas rumdoktern mussten. Da kam ich jetzt aber nicht so... Wir müssen auch noch die Fackel verstärken, weil die zu schwach ist, das Eis zu schmelzen. Deshalb guck ich gerade mal... Ne, Tipp. Hier kann ich sonst nichts mehr machen, ne? Ja, weg. Haben wir vielleicht irgendwo ein Wimmelbild, was sich aufgetan hat? Nein, hier ist nichts mehr. Ich vermute einfach mal... Ach, Tor der Helden. Wahrscheinlich genau hierhin. Okay, dann ist die Lösung doch hier irgendwo. Eiszapfen. Ein Eiszapfen. Das kann ich jetzt mit einem Eiszapfen machen. Ich vermute mal, das ist hier im hinteren Bereich. Okay. Zurück. Okay, gehen wir einfach mal zum... Nee, Eis kann es ja auch nicht sein. Oder? Nee. Okay. Entweder zur Zitadelle oder zurück. Ich tippe auf die Zitadelle. Na, siehst du, ich wäre falsch gegangen. Zurück. So, hier ist nichts mehr. Hier sind wir fertig. Seite zurück. Kann ich mit dem vielleicht noch was machen. Hier ist aber auch nichts mehr. Nein. Da kommen wir noch zum Schiffswrack. Hier kommen noch eine Sumpfreihen. Da hinten hin. Okay. Ah. Hä? Das war jetzt geraten. Das war jetzt wirklich geraten. Alle rein drücken. So eine Anleitung dabei wäre ganz sexy. Wahrscheinlich alles rein drücken, ja. Das war jetzt auch ein bisschen eigentlich rumgeklickt. Danke. So, Tempel der Vorfahren. Wenn du die Deutsche aufgeladen hast, die Kraftfäder frei. Was? Irgendwas mit der Kelle soll ich da machen. Verstärkungspulver. Ah, Verstärkungspulver. Ah, ja, okay. Tagebuch. Kammer der Könige. Eistor. Das ist nicht deine Butterwoman. Jetzt, los. Oh, ja. Oh, ein Windischspiel. Was soll ich denn da machen, jetzt bitte? Ah, okay. Ich muss die Symbole richtig zuordnen. Ich verstehe aber gerade nicht, wie ich das machen soll. Warte mal das Symbol. Hä? Kann ich das irgendwie drehen oder so? Ah. Ne, da kann ich rückgängig machen. Okay. Ah, da ist doch die Hilfe. Ziehe die blauen Spielmarken in die äußeren Ringe, sodass ihre Symbole denen am Rand gleichen. Und ziehe die weißen Spielmarken in den mittleren Ring. Wenn du eine Spielmarke ausgewählt hast, die neben einem leeren Platz liegt, bewegt sie sich automatisch dorthin. Ah, alles klar. Hab verstanden. Ich hab mich ganz halt gefragt, hä? Wo sind denn die Erklärungen hierfür? Ah, ich bin so der. So, warte mal. So, warte mal. Den Käfer da. So, einfach mal reihum wandern lassen. Okay, kann ich den jetzt noch wegbewegen? Ja, kann ich noch. Okay. So, du kommst da hin. Äh. 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 Weiß in die Mitte und die blauen nach außen, entsprechend den Symbolen. Passt das da hin? Das passt, das passt. Äh. 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 Äh, Moment. Äh, das muss da raus. Das kommt da hin, glaube ich. Hätte ich das richtig sehr? Ja, das passt. Ne, 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 ne. Das machen wir mal so gar nicht. Du musst da raus. So. Oh. Oh. So, du musst da hin, du musst da raus, so, dann musst du ja nämlich da hoch, dann kommt der da hin, dann kommt, äh, wunderbar, passt das, das passt, das passt, das Symbol passt, ach, die beiden sind genau falsch rum, ach, Scheiße, ach, Moment, du musst da hin, so, warte mal, der muss da hin, dann kann der da hin, alter, diese Musik teilweise, ne, du musst da raus, so, du musst da hin, da hin, da hin, du musst da raus, das ist So, warte mal so und so. Hm. Die beiden müsste ich jetzt noch tauschen. Sollte vielleicht auch die hier hinten nochmal aufbrechen. Nee, genau andersrum. Ach, fuck. So, dann lasst wir die einfach mal rumlaufen. Ne, ich setze nochmal zurück. Ich setze nochmal zurück, das hat so keinen Zweck gehabt. Okay, überlegen wir nochmal. Ich sollte die am besten schon so grob vorsortieren. Du kommst in die Ecke. So, dann kommst du da oben hin. Ich hatte es gerade eben, ich hätte nicht zurücksetzen dürfen. Ach, scheiße. Da ist das Ding, wo ist das denn? Da oben. So, der ist da. Wo ist denn das Symbol für da links? Man? So, dann passt er da hin. Du passt da hin, du passt da hin, na, die Symbole sind, ich guck grad mal, du musst da oben raus. So, das passt auch. Dann musst du da raus. Ne, ich musste da drin, ich musste in sich irgendwie kurz tauschen erst. Zuerst muss ich den durchjagen, jetzt erst muss ich den... Was ist der Käfer? Ach, weißt du was? Ja komm, wir überspringen jetzt einfach. Ach, ist egal, ist mir jetzt vollkommen egal, was willst du jetzt von mir? Ach so, da kommt einer der Dolch hier rein. Sorry Leute, aber das ist mir jetzt echt... Ne, da hab ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Ärgert mich, wird mich selbst hinterher ärgern, aber hey, was soll's. Äh... Äh, jetzt beim Eisturm war ich jetzt grade, dann geh ich jetzt mal zum Feuertor. Oh, nein. Zurück. Ha! Hast du eigentlich gedacht, dass du mich verdünftest? Puh, wiederum, Stranger... Außerhalb, meine Quirl ist nicht mit dir. serena nein das gleiche spiel hier noch mal alter diesmal ist es angenehmer glaube ich weil die sind übersichtliche da kommt jetzt sie nein okay hat sie nicht um so in etwa hatte ich mir das gerade eben vorgestellt so 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 äh ja so in etwa hatte ich mir das gerade eben vorgestellt so tipp raus was sind das hier rotes halsband muss ich ja das umlegen oder was ne wo kriege ich jetzt die deutsche herr also ich muss den eisdolch finden mit der macht des eises aufladen ok ich muss die deutsche irgendwoher finden brücke des schicksals noch einmal zurück sie haben wohl ein bild aufgetan nein da sind die deutsche ok ok ich hab die deutsche vergessen feuerturm stirb ach so eisdolch 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 eh eisdolch Okay, ich wollte schon sagen, das ist zu einfach gewesen. Okay, was passiert denn, wenn die entgegengesetzt sind? Kann ich mich auch kreuzen? Okay. 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 Oh, ich muss einen Schnitt machen. Gut, dann mache ich jetzt einen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.